Der nächste Crash kommt bestimmt. Was macht man dagegen? Nun, wenn Sie schon einmal versucht haben abzunehmen, wissen Sie es schon. Sie wissen schon, wenn Sie hungern, dann stürzen Sie Ihren Körper in einen Hungermodus. Das heisst, er will alles fett behalten. Er will Reserven aufbauen, weil er das Gefühl hat, es gibt nichts mehr zu essen. Und sobald Sie wieder etwas essen, werden die Reserven wieder aufgebaut. Und Sie sind in einem Pendulum. Es geht nach vorne und zurück. Was Sie machen müssen, um abzunehmen, um effizient abzunehmen, ist, regelmässig zu essen, aber intelligenter zu essen. Und das Gleiche ist auch wahr beim Aktieninvestieren. Investieren Sie regelmässig. Denn wenn Sie regelmässig investieren, haben Sie zum ersten Mal Dividenden auf den Aktien, die Sie gekauft haben, die Ihnen helfen, den Absturz abzufedern. Zweitens, und das ist noch viel wichtiger, Sie kaufen auf dem Weg nach oben und Sie kaufen auch auf dem Weg nach unten. Und der Durchschnittspreis ist dann tiefer. Das heisst, der Fall ist für Sie nicht so schlimm, wie er tatsächlich stattgefunden hat. Wenn Sie das nicht machen, dann fehlen Individenden und vielleicht geraten Sie auch in Panik, weil man in der Regel nicht genau weiss, wo der Crash ist, und Sie steigen im schlechtesten Moment wieder ein. Sie können aber noch etwas anderes vom Abnehmen lernen. Stehen Sie nicht jeden Tag auf die Waage. Wenn Sie jeden Tag auf die Waage stehen, dann werden Sie immer wieder Enttäuschungen erleben. Denn unser Gewicht fluktuiert, natürlicherweise. Es geht nach oben und nach unten. Und das Gleiche ist auch wahr mit den Aktienmärkten. Nur ist es doch gerade umgekehrt. Sie sind enttäuscht, wenn die Aktienpreise fallen. Schauen Sie deshalb Ihr Portfolio nicht jeden Tag an. Denn sonst werden Sie zu oft enttäuscht und haben Schwierigkeiten, regelmässig zu investieren. Schauen Sie es selten an. Je seltener Sie Ihr Portfolio anschauen, desto wahrscheinlicher ist es positiv. So vermeiden Sie die Auswirkungen des Crashs am besten. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei.